Mit insgesamt um die 500 Studenten fand sich die Respekt-Initiative zu der ersten Vorlesung dieses Semesters von unserem neuen Botschafter Prof. Dr. Benjamin Ortmeier an der Goethe-Universität in Frankfurt zusammen. Die Vorlesung heute hat das Thema NS-Pädagogik und NS-Erziehungswissenschaften. Es geht also um eine Zeitspanne, die nun das genaue Gegenteil von dem ist, was die Initiative Respekt anstrebt. Das war eine Zeitspanne, in der diskriminiert wurde, in der respektlos mit Menschen umgegangen wurde, die diskriminiert ermordet wurden. Und für Pädagoginnen und Pädagogen ist es wichtig, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, nicht einfach wegen der Geschichte, sondern wegen der Anliegen, für die auch Respekt steht. Nämlich vor allen Dingen, dass Menschen nicht wegen ihrer religioren Hautfarbe, wegen ihrer Kultur, wegen ihrer Nationalität diskriminiert und respektlos behandelt werden. Zu diesem Thema zeigt sich der Professor jedoch auch sehr modern. Als Einstieg diente das Lied »Clandestino« von Manu Chau, in dem es um das Schicksal illegaler Einwanderer und Migranten geht. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, das hat ja der Professor Dr. Ortmeier auch gesagt, dass wir im Endeffekt mit ganz vielen Kindern verschiedener Nationalitäten zu tun haben werden. Und da ist es auch wichtig, dass natürlich die Erzieher dementsprechend auch damit umgehen können, sage ich mal, und auch Erfahrungen damit schon haben. Das ist ganz, ganz wichtig, denke ich schon. »So, die Vorlesung beginnt jetzt in ein paar Sekunden, denn wir sind in Deutschland, da ist man pünktlich. Wie heißen diese Tugenden? Sauberkeit pünktlich? Ich weiß, kann sich jemand mal reinrufen? Gibt es Namen, lateinische dazu? So zu Tugenden, kennt es jemand? Das sind Sekundärtugenden. Die kennt man, wenn man fragt, was in Deutschland Sekundärtugenden ist. Treppe putzen, pünktlich, pünktlich, sauber. Wenn Sie aber nach den Primärtugenden, nach den Kardinaltugenden fragen, kriegen Sie weniger oder gar keine Antwort. Die gibt es seit 2300 Jahren. Die erste und wichtigste Tugend, die Aristoteles nach Platon festgelegt hat, ist die Tugend der Gerechtigkeit. Was immer das auch heißt, nützt sich die Gerechtigkeit, wenn Sie nicht Klugheit dazunehmen. Und wenn Sie sich klug für Gerechtigkeit einsetzen, kriegen Sie relativ rasch auf den Deckel. Also brauchen Sie noch was als Primärtugend. Nicht Pünktlichkeit, Sauberkeit, sondern Mut. Das ist Kern dieser Vorlesung. Gerechtigkeit, Klugheit, Wissen, mit dem Wissen angemessen umgehen können, Mut. Es gibt eine Initiative, Respekt, kein Platz für Rassismus. Um in dieser Tradition von Ernst Jui etwas zu tun, werde ich jetzt dieses Schild, mal sehen, wie lange es hängen bleibt, hier in diesem Vorlesungsraum aufhängen. Sie können mich darüber informieren, worum es geht ist. Es gibt eine Grenze bei Toleranz und Respekt, nämlich bei Nazis, bei Rassisten und ähnlichem Gesinde. Kein Platz für Rassisten, hänge ich kurz jetzt auf und dann beginnt das eigentliche Powerpoint-Präsentationsspielchen. Kurz und schmerzlos. Ein Mann klarer Worte. Die Studenten sollen wissen, woran sie in den Vorlesungen von Prof. Dr. Ortmeier sind. Sie können mich einordnen, wo ich grob gesagt politisch stehe, dass ich für diese Initiative mich einsetze und das ist auch gut so. Natürlich sind das alles nur Mosaiksteine, kleine, man weiß nicht wirklich, welche Wirkung es erzeugt, aber viele kleine Aktionen führen doch dazu, dass insgesamt das Thema kein Platz für Rassismus auch an der Hochschule bekannt wird. Und die Studenten geben eine positive Rückmeldung. Ja, das finde ich super. Ich finde es auch sehr gut, dass er jetzt da dieses Schild aufgehängt hat im Hörsaal. Respekt. Super Sache.